herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video hier bei abenteuer brettspiele diesmal mit einem 2f spiele titel nämlich feierabend von friedemann friese ja wenig überraschend eine relativ große box muss ich sagen dafür dass es dann doch ein worker placement spiel ist auch ein größeres werkspiel aber so groß hätte ich die box gar nicht erwartet ja zwei spiele waren letzten jahren ja nicht immer so die besten spiele zumindest haben sie mir nicht immer alles so gefallen aber feierabend habe ich mir doch mal jetzt gekauft weil doch viel positives gehört habe und möchte jetzt gerne mal mit euch zusammen in die box schauen was hier bei diesem after worker placement spiel dabei ist wie auch immer es geht um den feierabend halt schauen wir mal die box mal auf das ist ja die typische und wirklich auch schöne illustration wie ich finde dann haben wir das regelheft das ist die solle variant schauen wir erstmal die regeln rein da haben wir halt den aufbau und das ist halt schon ziemlich cool schauen wir uns gleich noch an sieht man hier natürlich ein bisschen schlecht aber wir haben so drei einsatzfelder wo wir unsere arbeiter eben zur erholung hinschicken können und das sind halt so runde tableaus die sehen ziemlich cool aus und dann sind die symbole werden erstmal erklärt hier noch mal ein bisschen genauer wie die einzelnen sachen aussehen wir haben vergnügungsplan wir haben einen freizeitplan einen urlobsplan wir haben natürlich aber auch einen hausplan wo verschiedene dinge nutzen können und einen erholungsplan wo halt so angezeigt wird wie viele stunden in der woche wir arbeiten denn das versuchen wir natürlich auch runter zu bekommen und wie erholt wir sind dann der spielablauf es ist halt sagen wir mal ein gehobenes familien spiel also es ist jetzt kein man darf jetzt hier kein kenner oder experten spieler erwarten aber ich denke mal so ein gehobenes familien spiel ist es auf jeden fall schon das hat bietet natürlich schon ein paar dinge auf die man achten muss aber ich denke da kommt man auch ganz gut rein ja wie gesagt hier auch nach zwölf seiten schon ein paar regeln aber ich denke sind okay da gibt es eine solo variante die dann halt über einen würfel funktioniert wo erklärt wird wie die genutzt wird auf englisch gleich mit und haben wir das noch mal auf englisch die anleitung die wir jetzt nicht unbedingt brauchen dann haben wir natürlich war doch einiges was auf den tisch kommt hat ein bisschen eine etwas größere tisch präsenz können dann haben wir hier oben die anzeige der arbeitszeit der arbeitszeit in der woche wir fangen bei 70 an und versuchen natürlich idealerweise auf 20 zu kommen es gibt ja noch teilweise ein paar boni wenn man hier runter kommt ja hier erholung oder auch eine partnerschaft die natürlich dann man nur sich leisten kann aber weniger arbeiten muss dann haben wir hier anzeige unserer erholung oder unseres stresses je nachdem und hinten zumindest die station ganz nett drauf dann haben wir hier zusätzliche tableaus die könnte sein dass die irgendwie bei 4 bis 6 oder bei fünf bis sechs spieler in irgendeiner form mit dazu gelegt werden einsatzfelder und hier zwei bis vier zwei drei also je nachdem interessant dann haben wir hier ja so eine streik streiktablo hier unten wo dann halt bestimmte dinge machen können oder ich glaube auch das ist für die gleichberechtigung dass im endeffekt die frauen eben weniger verdienen erst als die männer und dann kann man auch versuchen dann die gleichberechtigung mal bezahlung zu bekommen hier halt unser einkommen zu erhöhen da müssen wir streitmarker für ausgeben und die streitmarker bekommen wir dann glaube wieder hier ja es ist auf jeden fall interessante thematische umsetzung hier oben können wir arbeiten gehen und zwar nach der arbeit also entweder oder wir gehen quasi feiern das kostet uns ein geld wir bekommen auch zwei erholung oder wir gehen noch mal arbeiten zwei geld bekommen aber es kostet uns auch zwei erholungen es gibt zwei stress oder wir setzen uns einfach von den fernsehern schlafen ein was eine erholung gibt ja interessant auf jeden fall sie wollte immer ganz gut wir haben eine menge arbeiter denn es ist halt auch ein arbeiter einsatzspiel in den verschiedenen farben und dann haben wir hier und das finde ich halt im spiel auch ziemlich cool schauen wir mal hier mal zusammensitze im endeffekt sind das hier diese einsatzbereiche passt natürlich nicht so wahrscheinlich gelegt je nach spieleranzahl legt man dann halt wahrscheinlich 46 46 naja irgendwie wird es dann zusammengelegt müsste man mal schauen aber es ergibt dann halt hier so ein einsatzbereich ich glaube das ist der urlaubsbereich man kann in den strandreisen wenn man kann skifahren oder man geht an den teuch baden und man hat aber nur eine bestimmte anzahl von wochen im urlaub wochen urlaub im jahr sozusagen fängt bei null an muss sich dann eben auch durch streiken drei wochen urlaub erkämpfen und kann sein arbeiter reinsetzen je nach anzahl werden die halt in den ringen eingesetzt wenn jemand drei wochen urlaub hat reingesetzt und mit jeder runde geht halt zurück und der letzte runde geht halt nach hause das kostet zwar geld da sieht man auch hier viel geld aber bringt auch neue erholung also eine menge erholung und am ende ist es wichtig dass wir auch möglichst erholte arbeiter haben das bringt uns den sieg das gibt es dann halt auch noch mal hier für dieses tableau müsst ihr mich dann auch mal schauen wie das hier genau zusammengebaut wird wahrscheinlich ja wie gesagt keine ahnung so wahrscheinlich für sechs spieler 46 wie auch immer auf jeden fall hat man die auch die möglichkeit ist halt mehr diese freizeitbereich aber hier funktioniert genauso dass man sich eben auch reinsetzt bringt dann auch erholung kostet kein geld man fällt ja nicht in urlaub man macht einfach nur quasi erholung normale freizeit kostet kein geld bringt aber auch weniger erholung im endeffekt ja da gibt es noch verflügungspark der kostet natürlich denke ich mal auch geld zusammenpacken hier aus jetzt nicht so entscheidend und sieht man hat ja auch dass man halt ja auch geld ausgeben muss je nachdem und kann auch mehr geld ausgeben bekommt erholung bekommt auch mehr erholung wenn man sein partner mit dabei hat und dann kann man sich halt auch einsetzen die bockenspots ziemlich cool muss ich sagen also das ist auch mal wieder was wo ich sagen muss da hat sich der friedemann frise mit diesen runden tableaus wirklich wenn wir das einfallen lassen eine coole sache entwürfe der wahrscheinlich im solo modus dann zum einsatz kommt und dann haben wir hier noch streikmarker wir haben geld unser einkommen sicherlich in irgendeiner form ja auch ziemlich cool und wir haben hier noch unsere tableaus müsste dann bis sechs spieler sein ich schaue gerade ob ich hier irgendwo eine angabe finde 1 bis 6 spieler also wirklich auch für relativ viele spieler wo wir dann unsere arbeiter haben und das ist unsere fabrik wo dann unsere arbeiter rein stellen und von dort gehen sie dann eben nach der arbeit in die freizeit und hier haben wir dann nochmal ein schönes insert im teil ja sehr schön gefällt mir auf jeden fall ich bin gespannt drauf ich hoffe dass dieses friedemann frise spiel mir auf jeden fall besser gefällt es ist ein oder andere in den letzten jahren macht auf jeden fall schon mal einen sehr guten eindruck und ich werde natürlich das zeitnah spielen ist auch etwas was man auch relativ schnell dann auf den tisch bekommen weil es eben nicht so komplex ist aber eben auch im solo spielen kann und unter anderem wäre ich da wahrscheinlich dann demnächst in meinem podcast berichten den ihr auf abenteuer-brettspiele.de findet dort findet ihr auch eine menge interviews, reviews, toplisten und vieles mehr rund um Brettspiele und natürlich will ich auch wieder videos veröffentlichen und deswegen würde ich mich freuen wenn ihr den kanal abonniert und gerne auch einen kommentar hinterlasst das war's für heute und wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dann bis dann